Hallo, mein Name ist Kevin Berger und ich mache zurzeit eine Ausbildung als Personaldienstleistungskaufmann bei der Firma Manpower und bin dort im ersten Lehrjahr. Was mir in meiner Ausbildung am meisten Spaß macht, ist, dass ich sehr viel Kontakt mit anderen Menschen habe, sei es jetzt Kunde oder Bewerber. Somit lerne ich jeden Tag etwas Neues dazu und mache jeden Tag meine eigenen Erfahrungen. Was Manpower als guten Ausbilder auszeichnet, ist meiner Meinung nach, dass die Vierer Schienen hier sehr flach sind. Das heißt, selbst als Auszubildender kann man sehr einfach, ohne große Gewissensbisse haben zu müssen, an seine Vorgesetzten treten, wenn man Fragen hat oder irgendetwas Unklar ist. Nach der Ausbildung hat man sehr große Chancen, übernommen zu werden, wenn man sich nicht blöd angestellt hat und sich dann intern hochzuarbeiten. Oder man versucht es einfach bei seinen Kunden, denn durch unsere Arbeit mit unseren Kunden haben wir auch hier immer mal wieder sehr gute Beziehungen. Ich habe mir für mich diesen Spruch hier ausgesucht, denn meiner Meinung nach trifft er vollkommen zu, dass Bewerbungsgespräche erst dann anfangen, richtig Spaß zu machen, wenn man mal auf der anderen Seite sitzt und mal ein Bild bekommt, wie das so ist als Arbeitgeber. Ich hoffe, ich könnte euch ein paar Informationen geben und wünsche euch viel Glück bei der Bewerbung. Vielen Dank.